Wahrscheinlich hast du dir nie Gedanken darüber gemacht, wieso eine handelsübliche Nudelkelle ein Loch in der Mitte hat. Warum die Spaghetti-Kelle ein Loch in der Mitte hat, das erkläre ich dir in diesem Video. Klar, wenn ich dich jetzt fragen würde, wofür es denn sein könnte, würdest du bestimmt vermutlich darauf tippen, dass dadurch das Wasser besser abläuft. Jo, das stimmt natürlich, aber der eigentliche Vorteil dieses Lochs ist ein ganz anderer. Denn das Loch in der Mitte der Kelle dient als Spaghetti-Maß. Die Menge an Spaghetti, die durchpasst, ergibt genau eine Portion. Nach Augenmaß Spaghetti-Kochen ist doch wirklich nur was für Profis. Entweder nimmst du zu viele Nudeln aus der Packung oder viel zu wenig. Doch mit diesem Trick hast du genau die richtige Menge an Spaghetti-Kochen für eine Portion. Ohne umständliches Abschätzen bzw. umständliches Abwiegen. Also nicht verzagen, nimm beim nächsten Mal einfach die Pasta-Kelle bzw. die Nudelkelle, damit du am Ende die perfekte Menge an Spaghetti hast. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da, unterstützt meinen Kanal mit einem Abo. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut! Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.